Musik Die Energie. Ich würde jetzt sagen, ein Schmetterling. Einfach wegen der Buntheit, der Vielfaltigkeit. Also es ist schon sehr lustig bei uns, aber auch mit sehr viel Willen verbunden. Also das, was weitergeht und auch die Vielfältigkeit. Ja, manchmal wollen wir einfach sehr viel auf einmal und müssen dann aber feststellen, dass wir doch vielleicht mal wieder so Schritt für Schritt anfangen, uns zu organisieren. Eigentlich so die Unkollegialität, sodass man nicht aufeinander schaut. Ja, er sollte schon auf jeden Fall ein Individuum sein, also Ehrlichkeit mitbringen. Dann sollte er ja auch lebenslustig sein, freundlich und ja, einfach Spaß daran haben, was er tut. Und das mit uns dann. Ja, weil es schon ein sehr cooles, junges Unternehmen ist, wo man noch was selbst erreichen kann. Musik Was wir eben jetzt neuerdings machen, sind unsere Staffelmeetings. Die finden immer zweimal im Jahr statt und von allen Piloten, so wie unsere Storeleiter heißen, Co-Piloten und auch vom Büro, also die Supports, kommen immer zweimal im Jahr zusammen. Und ja, wir lassen uns da immer sehr tolle, nette Events einfallen, die wir dann zusammen machen oder machen dürfen, machen müssen. Ja, so wie Teambuilding und die sind schon sehr lustig. Ja, es war dann auch mal ne Bergwanderung, wo man erst nicht dachte, es würde jeder nach oben schaffen. Aber es hat dann doch jeder oben geschafft und dann schmeckt natürlich das Bier umso besser da oben. Musik Geht nicht, gibt's nicht. Musik 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 Musik